Ich komme auf die Treppe. Okay, bin ich. Was hast du gesagt? Moment, warte. Wenn man drauf steht, geht es nicht. So, besser. Ah. Oh, ist auch Glas. Zeit zum Fernsehgucken. Komm, geh rüber. Ich hab keine Ahnung. Die Glasscheibe. Es geht doch nicht. Doch, doch, doch. Und jetzt rette ich den Fernseher. Nein. Ah. Moment. Eins to do. Ganz schwer, das Sofa. Nein, das kann ich nicht. Nein. 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 was los du kannst mich nicht retten